Ich kann mit denen dazu bereden. Braute ich dir mal ne Abkürzung. Oh oh. Hey, dirs. Ich habe eine Immadie der Doktor. Du kommst, was noch? Du bist, du bist O. Ähm. Ich hab Alarm. Äh, was gibt's? Na was? Alarm. Wüsste ich. So. Und hier bleibt. Sehr schön. Das habe ich wohl vor. Ah, wir haben noch unsere... Ja, wir haben noch die Güte. Hey, Alu. Hallo, Edna. Was hört dich diesmal zu mir? Hm. Ich hab noch eine Frage zu König Adrian. Schieß los. Kannst du mir helfen, ihn zu schlagen? Für wen hältst du mich? Für so eine Art Mr. Miyagi? Ach, bitte. Na gut. Na gut. Ich hätte eine Idee, wie du zumindest mit ihm gleich ziehen kannst. Aber sie wird dir nicht gefallen. Sag schon, sag schon, sag schon. Elektroschock-Therapie. Nice. Was? Wir geben dir Elektroschocks, damit du auch Dinge vorhersehen kannst. Ich weiß nicht so recht. Wir würden uns am Schock-Therapiestuhl treffen und los geht's. Nice. Nur bräuchte ich dafür einen besseren Kleiderbügel. Mit dem hier lässt mich der Kontrolleur nicht mehr in den Wäschelift. Was meinst du? Ich weiß wirklich nicht, ob ich das will. Überleg es dir. Direkt an die Eins haben und kriegen wir die Zwei. Wenn du bereit bist, bringst du mir den besseren Kleiderbügel. Ich habe mich entschieden. Ich will die Schock-Therapie. Sehr tapfer Kind. Dann bring mir jetzt den besseren Kleiderbügel und es kann losgehen. Sprechen wir über was anderes. Ich muss langsam mal weiter. Pass auf dein Karma auf. So. Reicht die Zwei, damit wir mit der Eins weiter können? Los geht's. Ich möchte eine Schock-Therapie. Aber Kindchen. Wenn du mir den gibst, kommst du doch selbst hier nicht mehr weg. Du musst erst einen besseren Bügel finden. Wir brauchen Bügel. Sag das dem Kontrolleur. Ich wollte mit der Eins reisen und eher mit der Zwei. Los geht's. Ich möchte eine Schock-Therapie. Das geht's auch. Ja, sehr gut. Wir treffen uns dann beim Schock-Therapie-Stuhl. Du findest da hin? Ich hoffe doch. Na, dann kann es ja losgehen. Jetzt haben wir die Eins abgegeben. Jetzt hat er einfach Eins und Drei. Das ist es. Das wäre nicht, dass ich Drei gehen kann. Ich meine, die bringt uns nichts, aber. Mal das Tausch. Schau mal kurz. Ah, er ist weg. Sehr schön. Auf zur Schock-Therapie. Da kommt der nächste Ausgang. Dann holen wir uns als nächstes. Wie wir das hinkriegen, weiß ich noch nicht. Da müssen wir uns einen Plan überlegen. Wir brauchen jetzt erst die Goldmedaille. Die geht über die Schock-Therapie. Dann müssen wir das gewinnen. Dann brauchen wir eine Form für den Schlüsselabdruckform. Wenn wir das dann machen, dann haben wir den Schlüssel und können raus. Eines weiter noch. Und los geht's. Der Dämon ist tot. Hurra. Das ist nur noch die Magier. Na dann. Fancy Pen-Paper. Na, viel Spaß und gutes Gelegen. Da kommt der nächste Ausgang. Und sei am 19. März da. Und wollen dann nur noch hier Pen-Paper-Spiel im Stream. Das wird spannend. Super Schockraum. Super Schockraum. Wer? Ich hoffe, du fühlst dich wohl da drüben. Das ist jetzt die letzte Chance für einen Rückzieher. Ich bin zu spät. Ich bin zu spät. Tja. 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 Bist du bereit? Für eine weitere Niederlage? Nein. Wir werden dich besiegen. Siegen. Tja. 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 es ist du etwa auch unter die hellseher gegangen wir werden es niemals herausfinden wenn ich denn jetzt die goldmedaille haben nicht so schnell du hast einmal richtig gelegen aber die regeln besagen dass eine chance habe die medaille zurück zu gewinnen was aber ich tippe auf zahlen moment das ja zahl das heißt wohl der arsch die medaille können wir nicht schaffen die ganzen elektroschocks umsonst gewesen sein was sagst du nicht noch ein versuch um noch mal auf deine gabe zurück zu kommen und kriegen wir jetzt seine gabe weg wann ist dieses gesproken ich will es sogar zahl tatsächlich jetzt ich ich tippe es wird doch nichts können wir irgendwie mit einem schläger eine rüber ziehen oder wie machst du das dass du stieg war es ist alles ich kann ich es und immer auf dem von ab an was ging aber kann man im münster zwischen werfen oder wie ist das jetzt was hier nicht weiter wie bei harvey dent in batman to face einfach 50 münzen werfen ich will es noch ein sogar zahl fahrze jetzt ich nicht das heißt wo verdammt ich ziehe dann mal wieder tja hallo man ist jetzt nicht mehr da oder die müssen wir fragen ob er einen klaren hat und wie jetzt weiter ich komme auch nicht weiter das sei nur können wir mal eben wie ich bin allergisch gegen papierkram tja ich werde noch mal zum aluman die noch mal fragen da kommt der nächste ausgang da kommt der nächste ausgang tja tja ich gucke mal kurz im kerner noch nach tja 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 goethe mit der jammer mich okay wenn wir den löffel, wenn wir den löffel die schaufel geben dann holgt der für uns dann kriegen wir die ton Erde dann können wir hiermit weitermachen Aber solange das nicht passiert ist, brauchen wir dann noch die Medaille. Und ein bisschen gehen. Probieren wir es doch aus. An was denke ich gerade? Mhm. Du denkst an die Worte Hallo Dri und Kutscher? Ähm, ja, fast. Das ist nahe genug dran. Aha. Eine Idee, was wir jetzt bauen sollen, hat er nichts. Tja. Ich habe eine Idee gefunden, wie wir hier reinkommen. Und was wir hier machen können. Wir müssen noch mal in Dr. Marcel´s Büro, wenn es irgendwie geht. Jetzt gibt es noch eine Sache, die ich natürlich noch nicht ausprobiert habe. Schreibtisch. Hier ist eine Schublade. Zu. Das macht mich rasend. Da versuchen wir mal was. Und zwar... Ja, damit komme ich in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Mit etwas Glück. Na, wer sagt's denn? Die Schublade. Da ist ein alter Schlüssel in der Schublade. Den nehme ich lieber mit. Wenn Dr. Marcel Ihnen einer verschlossenen Schublade aufbewahrt, muss der wohl wichtig sein. Sehr schön. Jetzt haben wir da einen alten Schlüssel. Ich habe auch schon eine Idee, wo der passt. Und wir erst dann mit Schion. Mal sehen. Mal sehen. Das hat geklappt! Der Raum Ein Schrein und ein Porträt Die Augen haben sich gerade bewegt Ein Porträt Alles klar Ich kann mich vage an Alfred erinnern Zugegeben Er war ein schrecklich nerviger Dummbeutel Aber dass er jetzt tot sein soll Edna Edna Der Typ war ein Kotzbrocken Edna Ich weiß Er war ein Ekel Ich Ich weiß Er war nicht auszustehen Ein Idiot Ein Popanz Ein pickliges Magengeschwür Eine Eiterbeule Ein Dummbrot Vollpfosten Arschnase Tranbacke Kacktüten Hirnkummer Schwanzäure Kodfressen Vollhonko Edna Ich vermisse ihn Ich weiß Dr. Marcel wird dafür bezahlen Du meinst Er hat damit was zu tun? Sieh dich um Es ist offensichtlich Dass der Typ gestört ist Irgendwo in meinem Hirn Ist die Info versteckt Was damals wirklich passiert ist Darum will Dr. Marcel Meine Erinnerung löschen Und dann schiebt er es auch noch Meinem Vater in die Schuhe Wir finden das wählende Puzzlestück Edna Ich verspreche es dir Oh Mann Der hat den Tod seines Kleinen nicht so sehr verkraftet Dass er Schreien gebaut Und so weiter Das Oh Ha Ach Alfred Was ist nur passiert? Ah Edna 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 Was? Du kleine Mistkröte Ich bring dich um Oh Ich meine natürlich Wenn du nicht schon tot wärst Äh Ich kann mich vage an Alfred erinnern Zugegeben Er war ein schrecklich nerviger Dummbeutel Aber dass er jetzt tot sei Nenn ich nochmal Edna Der Ich Äh Ich Ich Ein 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 Voll Verarsch Trakack Äh Ich war Dr. Marcel Du mein Sieh dich um Irgendwo Darum will Dr. Marcel Meine Erinnerung löschen Und Das hatten wir schon So Haben wir das schon gemacht? Ich kann mich zu Aber Ja Aber Äh 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 Ich 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 Eine Ein Eine Ein Voll Trak Äh Ich Ich Doch du meinst Sieh dich um Irgendwo Darum Her So eine Schlüssel Das klappt so nicht Das klappt so nicht Das klappt so nicht Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Je öfter man den Satz hört, desto sinnvoller Wörter. Das klappt so nicht. Ah, ja. Das Urne. Guck mal, Harvey. Alfreds Urne. Eine Urne für die Unke. Du weinst doch nicht etwa um den Grinsefrosch. Nein, natürlich nicht. Und da soll der ganze Alfred drin sein? Der Mensch besteht zu 90% aus Wasser, Edna. Und ein Gedenk Alfreds Kopf erhöhe ich auf 98%. Keine Chance. Sowas mache selbst ich nicht. Nein, ja. Nein, ich will keine Altlasten mit mir herumschleppen. Hallo? Jemand zu Hause? Wer wär wohl? Alfred! Oh nein. Spin muss gemein. Und da soll der ganze Alfred drin und... So. Nein. Er ist zwar ein Idiot, aber das hat er nicht verdient. Stimmt. Das ist doch so was von mir. Das ist doch so was von mir. Nein. Er war zu... Nein. Er war zu... Nein. Er war... Die Warzen, die man vom Grinsefrosch bekommt, gehen sogar durch den Topflappen durch. Trotzdem war er kein schlechter Mensch. Ah ja. An dem Ort, an dem er jetzt ist, wird er wohl kaum ans Telefon gehen. Das knisternde Feuer ist zu laut. Du meinst, Alfred ist in der Hölle? Bis eben habe ich mich noch drauf gefreut. Auf die Hölle hat sich Harvey gefreut. Nein. Tja. Er ist zwar nicht... Ich glaube nicht, dass er noch Durst hat. Ich erinnere mich jetzt wieder, wie ich ihn damals immer mit Spuckekugeln geärgert habe. Die Kotzkröte konnte sich in drei Oktaven über mich beschweren. Ach ja. Hm. Mach's doch mal, flichtbeschwätztes Gemälder. Erheben wir unser Glas auf den verstorbenen Alfred Marcel. Wir können nichts Gutes über ihn sagen. Darum lasset uns einen Moment schweigen. Mensch, Harvey. Harvey! Sorry. Fans Titelsong ist echt ein irrer Ohrwurm. Ja. Alfred konnte seinen Kleiderschrank in fünf Minuten aufräumen. Ich konnte ihn in fünf Minuten wieder in totales Chaos verwandeln. Ja. Wir waren ein prima Team. Alfred mochte Akten und Formulare. Er war zwar ein Idiot, aber auf ihm herumzuhacken hat immer Spaß gemacht. Hm. Erheben wir unser Glas auf die wir können nicht. Habe ich so. Die Warzen, die man vom Gehen trotzdem. Besonders Tupflacken Sachen. Milchzähne. Ja. Der Mund dazu fehlt. Nein, das finde selbst ich pietätlos. Was bitte? Der war nur für die Tür. Ich will die nicht umfüllen. Ich will die nicht mitnehmen. Ich will mich eigentlich gar nicht mehr mit denen beschäftigen. Ah ja. Wenn ich die zur Gruppentherapie mitbringe, bin ich sofort durchgefallen. Das stimmt wohl. Tja. Einen davon habe ich damals auf diese Weise rausbekommen. Alfred hat noch tagelang geweint. Und sein Vater war auch nicht gerade glücklich. Ich will die nicht umfüllen. Ich will mich einfach... Ich habe das Milchzähne getrunken. Da habe ich wohl tatsächlich einen erwischt. Das Wasser hast du... Auch eine interessante Idee, Cocktails zu verzichten. Speiselein. Ja, einen davon habe ich damals auf diese Weise rausbekommen. Es war nicht ganz der richtige, aber für einen ersten Versuch fand ich mich ganz gut. Nur Dr. Marcel war unzufrieden. Ah, was ist doch immer unzufrieden. Hallo, spreche ich mit der Zahnarztpraxis? Ja, wer ist denn da? Hier ist Dr. Marcel. Ich würde gerne all meine Zähne durch Brokkoliröschen ersetzen lassen. Kein Problem. Wir erledigen das, wenn Sie das nächste Mal bei uns unter Narkose stehen. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Hurra. Ja, einen davon habe ich damals auf diese Weise rausbekommen. Den roten Fleck konnte man noch Monate später sehen. Mann, war Dr. Marcel sauer. Es hat ihm alle Zähne gezogen. Wirklich. Einen davon habe ich damals auf diese Weise rausbekommen. Ich wollte unbedingt herausfinden, ob er nochmal nachwächst. Seit ihm alle Milchzähne gezogen. Ja, einen davon habe ich damals auf diese Weise rausbekommen. Exakt. Wenn Alfred nicht aufgewacht wäre, hätte ich vielleicht noch einen geschafft. Ich bin bei mir nicht nach oben, aber es war ja. Das war auch schon mal von mir. Ein wirkliches Weijer an der Zeit war noch eine Sache rausbekommen. Aber wenn ich wahrscheinlich war ja dann natürlich überrascht, Ich hoffe, es hat ihm alle Wieler warten. Wirklich. Wirklich. Ich halte unsere Handlungen. Wirklich. 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 Vielen Dank.